Einen Hotdog bitte, und zwar mit Senf, Sauerkraut und wenig Käse bitte. Gestatten Herman Schubert und Rosie Bloom, zwei New Yorker, die die Liebe zu Hotdogs, Unterwasserfilmen und Jazzmusik verbindet. Ein Großstadtmärchen, das die junge Mett, eine Kooperation des Theaters Pütze und des Stadttheaters Fürth, in ihrer neuesten Inszenierung erzählt. Es geht uns ganz stark darum, Kinder ernst zu nehmen und in ihrer Welt abzuholen. Und nicht zu sagen, wir zeigen euch jetzt, wie ihr später mal Oper finden sollt. Und wir werden euch vorbereiten auf das große Musiktheater der Erwachsenen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir jetzt Kindern etwas mit Musik erzählen, weil das ein wunderbares Mittel ist, um Kindern, um überhaupt Menschen, Geschichten zu erzählen. Das Stück basiert auf dem Kinderbuch des australischen Autors Gus Gordon. Rosie ist eine Antilope, Herman ein Krokodil. Beide fühlen sich einsam und schlagen sich mit Nebenjobs mehr schlecht als recht durchs Großstadtleben. Herman macht betopft Pflanzen. Und den Duft von Hot Dogs im Winter. Herman aß wahnsinnig gerne Waldbäldnugroth. Rosie mochte den Luftzug aus dem U-Bandschaft im Sommer. Und sie aß gerne Karamellbonbons, die an den Zähnen treten. Sieben Monate vor der Premiere, zu Hause bei Autor Martin Zähls. Er verwandelt das Kinderbuch Herman und Rosie in ein Libretto, den Text, der dem Musiktheater zugrunde liegt. Aus wenigen Bildern Szenen für die Bühne zu erschaffen, nicht immer so leicht. Rosie arbeitete stadtauswärts in einem schicken Restaurant. Ja gut, zeigst du sie jetzt, wie sie jetzt Teller wäscht, dann musst du auf der Bühne sofort, sie muss sie extra Teller aufbauen. Das kann so nicht sein. Und deswegen würde ich sagen, muss es musikalisch gehen. Es ist ja Musiktheater und dann müssen wir die Leute hören, die von überall rufen und sagen, hey Rosie, ich brauche frische Teller, verdammt da hinten, warum dauert das? Hey Rosie, mach doch schneller. Rosie, hier der Eimer muss nach nebenan. Und dann der Dicke vom Tisch 7 sagt, dass er aus diesem Glas, Rosie, los, hol neue Kerzen aus dem Keller. Rosie, nicht schon wieder. Mist. Ich sehe das Ganze schon auch ein bisschen filmisch. Ich denke total viel an Woody Allen. Weil das einfach so ein bisschen auch so kleine Loser sind, so ein bisschen so Verlierertypen auch. Aber wie gesagt, die Welt besteht hauptsächlich aus Verlierertypen, nicht aus diesen Winnern, die wir in den Filmen anschauen. Die meisten leben ein ganz einfaches Leben und den meisten fällt immer wieder mal eine Tasse runter oder das Klo ist verstopft oder es friert ihnen draußen auch ihre Lieblingsblume ein im Winter. Das passiert uns allen. Da werden ja ganze Bücher darüber geschrieben, über diesen Vorgang. Was passiert, wenn das Werk vom Autor zum Interpreten kommt? Ich persönlich hasse das. Leide da unsäglich. Wenn da einfach mal jemand meint, er müsste eine halbe Seite wegkürzen. Das brauchen wir nicht. Das finde ich natürlich überhaupt nicht. Ich brauche das alles. Ich bin auch oft auf der anderen Seite und habe kein Problem mit der Kürzung der Werke anderer. Aber meine soll natürlich nicht gekürzt werden. In dem Moment, wo ich hier sitze und jemand sagt, wir brauchen dieses Lied nicht, dann denke ich mir, du kannst mich mal, du hast ja keine Ahnung, du hast nichts verstanden. Jetzt kocht der Kaffee. Da singt sie dann. Manchmal frage ich mich und manchmal fragst du dich, woher das alles kommt und wohin das alles will. Wohin? Aber manchmal höre ich dich und manchmal hörst du mich, wie wir leise zu uns sagen, Ton für Ton, du weißt es schon. So, das finde ich total poetisch. Ich habe keine Ahnung, wenn du das jetzt vertonst, es kann sein, dass das keinem Menschen irgendwas sagt. Das passt für mich total zu Rosie, zu ihrer Desorientiertheit, zu ihrer Sehnsucht. Manchmal frage ich mich und manchmal fragst du mich, woher das alles kommt, wohin das alles will. Die Inszenierung von Herman und Rosie ist die erste große Kooperation des Theaters Pfütze und der Nürnberger Hochschule für Musik. Die beiden Jazzstudenten Dominik Vogel und Carina Wohlgemuth schreiben die Musik für das Theaterstück. Rosie's Song ist aber eine der bestimmenden Melodien. Von Gefühl drückt der Text eigentlich das Gleiche aus, wie ich mir so in dieser Stimmung der Musik schon ausgemalt hatte. Insofern war es entweder gutes Glück oder auch einfach ein gemeinsames Verständnis von diesem Charakter. Die Musik muss die Hauptsache bleiben, also für mich zumindest. Die Musik darf nicht Mittel zum Zweck sein, sonst wäre es für mich schade. Dominik und Carina studieren Komposition und stehen gerade am Anfang ihrer Musikkarriere. Für eine komplette Bühneninszenierung zu komponieren, ist für die beiden schon etwas Besonderes. Das ist so eigentlich das Beste, was ich mir jetzt vorstellen könnte, gerade im Moment, weil es ein sicherer Job ist. Und das, also vor allem auch aus Erfahrung, wenn man halt, ich habe einige Werbesachen vertont und auch so Kurzfilme mache ich viel. Und da ist es halt immer so, dass man einfach darauf wartet, dass ein Anruf kommt. Und wenn man dann etwas hat, das länger auch laufen wird, dann ist das halt das Beste eigentlich, was passieren kann. Im Showbusiness seine Brötchen zu verdienen, ist eben alles andere als leicht. Das Wissen auf Rosie und Herman, die als leidenschaftliche Jazzmusiker in New York wenig Erfolg haben. Die Zusammenarbeit zwischen Theater und Musikhochschule hat vor allem ein Ziel, Nachwuchstalente wie Dominik und Carina fürs Musiktheater zu begeistern. Wir sind eine kleine Hochschule mit 400 Studenten insgesamt. Wir kennen unsere Studierenden mit ihren Vorlieben, Stärken, Schwächen ziemlich gut. Und da war von vornherein klar, Dominik ist ein Gitarrist, der zwar Jazz studiert, aber sehr, sehr offen in alle Musikrichtungen denken kann und auch will. Und auch bei der Carina, die jetzt als Pianistin einfach sehr breit aufgestellt ist. Nachdem wir uns kennengelernt hatten und erst einmal ein Gespräch geführt haben, haben die uns dann damit konfrontiert, dass sie nicht entweder oder antreten werden, sondern dass sie das zusammen oder gar nicht machen. Das muss man mal dazu sagen. Genau, die haben ja eigentlich Bedingungen gestellt. Ja, das war schön. Stimmübungen mit Schauspieler Thomas Bosch, der als Herman natürlich auch singen können muss. Dominik und Carina prüfen, was seine Stimme hergibt. Dabei ging es eigentlich nur darum, dass man als erstens sehen kann, kann er sich irgendwie in eine neue Tonart einfügen. Ich habe ja Tonarten durchgetauscht. Also das heißt, ich glaube, vier verschiedene Tonarten waren das. Kann er immer wieder umswitchen sozusagen, weil das ist ja wichtig auch in einem Stück, weil wir werden ja nicht so komponieren, dass das die ganze Zeit immer in den gleichen Tonarten steht, sondern es wird auch mal springen, auch gewollt springen, damit man Kontrast erzeugen kann. Und er soll das ja irgendwie auch bringen können oder leisten können. Kurz darauf im Theatersaal. Aufwärmend fürs Casting. Die Rolle der Antilope Rosie ist noch nicht besetzt. Die soll nicht nur gut spielen, sondern auch ins Team passen. Das andere ist, dass wir nicht so eine Nummernshow da haben wollen. Also einer spielt was vor, wir schauen uns das kurz an, nächster und so weiter, sondern wir wollen denen schon auch eine Atmosphäre bieten, wo sie vielleicht ein bisschen mehr von sich selber auch zeigen können. Das ist natürlich die Rosie im Buch, eine Antilope. Aber man muss jetzt deswegen nicht unbedingt bloß eine gärtenschlankere Schauspielerin suchen. Also das machen wir nicht. Da zählt ja das Kostüm noch mit. Dann geht es ja natürlich auch darum, dass eine Schauspielerin Qualitäten mitbringen soll, die vielleicht mit der Rosie in Verbindung stehen, eine gewisse Quirligkeit, Lebendigkeit. Das schon, aber erst einmal geht es darum, um handwerkliche Fähigkeiten ein bisschen zu sehen. Und dann heißt es, Ruhe im Saal. Das Vorsprechen beginnt. Drei Monate später, Musik und Text sind fertig, die Darsteller gecastet. Elisa Merkens wurde für die Rolle der Rosie ausgewählt. Ein atemraubender Job. Es ist wild. Ich springe hier natürlich die ganze Zeit rum, weil ich als Antilope das flotteste Tier hier bin. Und es gibt dann schon Morgende, da bin ich schweißüberströmend hier rumgelaufen. Aber es ist toll, es macht viel Spaß. Jazz habe ich noch nie gemacht. Dadurch ist es ganz besonders. Und gerade, das hat ja einen sehr speziellen Rhythmus. Und das dann mit der Figur auch noch zu verbinden, die ja total wirr ist die ganze Zeit. Und eigentlich immer alles falsch macht. Und dann trotzdem noch singen zu können, währenddessen ist natürlich eine große Aufgabe. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das Schwierige ist vor allem, dass sowohl die Musik als auch der Text ja noch nicht theatral überprüft wird. Also das ist ja eine Uraufführung. Das heißt, wir wissen gar nicht, funktioniert das alles. Ich versuche das bloß einfach, was musikalisch und szenisch passiert, ein bisschen zu koordinieren. Weil so ist es. Da müsst ihr gucken, dass ihr ein bisschen öfter verkauft habt. Weil da ist jetzt richtig ein Loch. Okay? Die Komponisten Carina und Dominik sind nicht nur mit ihrer Musik Teil des Ensembles. Sie stehen erstmals auch als Schauspieler auf der Bühne. Es ist teils sehr anstrengend oder teils halt, ja, für mich eine total neue Erfahrung, auch so aus sich raus zu gehen und irgendwie halt so einfach Sachen zu machen, die man vorher nie gemacht hat. Und auch einfach mal so zu tun, als wäre man jemand völlig anders. Und das ist eigentlich so das Gegenteil von dem, was man die ganze Zeit versucht eigentlich zu machen. Also bei der Musik. Das ist schwierig, aber es macht total Spaß. Und ja, mal gucken, wie es wird. Also vielleicht könnte ich mir das auch für länger vorstellen. Ciao. Ja, also es ist schon sehr viel neu. Aber bis jetzt ist es sehr schön, weil das Team funktioniert sehr gut. Die Arbeiten laufen sehr harmonisch und sehr auch inspirierend für beide Seiten. Also es ist sehr schön, die Arbeit. Also vom Team her ist es hervorragend geworden. Da bin ich sehr glücklich. Eine tragende Rolle spielen Daniela Dillinger und Patrick Ludovikus Schmitz. Sie führen als Erzähler durch Hermans und Roses New York, schlüpfen immer wieder in andere Rollen, zum Beispiel in die von Mr. Koala, Hermans fiesem Boss im Callcenter. Im Atelier von Beatrix Cameron entstehen die Bühnenoutfits für Herman und Rosie. Für die tierischen Bewohner des fantastischen New York lässt sich die Kostümbildnerin so einiges einfallen. Das habe ich noch so ein bisschen als Inspiration genommen. Deswegen haben die zum Beispiel einen Stoff, der so Haare hat oder Stoffe, die eine starke Struktur haben, die noch ein bisschen an Fell erinnern. Also der Hermann ist ja im Buch ein Krokodil. Also daher kommt dann die Farbe und es kommt daher auch die Struktur des Stoffes, weil das erinnert an einen Reptil. Und das ist so ein ganz ruhiger, bedächtiger Junggeselle. Und deswegen kriegt er einen Anzug, der ihm ein bisschen zu groß ist, indem er so ein bisschen behindert wird in seinen Schritten. Also er ist umgeben von einer Stofffülle. Weil ein Kostüm erzählt mit. Das erzählt eben Zeit, wie sind die Leute, was tragen die. Also die Figur hätte sich ja gewählt, was sie trägt zum Beispiel. Also ich bin ja sozusagen ein kleines Stückchen in einem großen Kunstwerk, das da entsteht, wo wirklich viele verschiedene Künste ihre Kräfte vereinen, um dann ein Stück auf die Bühne zu bringen. Und das ist einfach total schön. Ja. Das ist gewagt, aber wir werden es wagen. Was könnte denn das für eine Stadt sein? Aha. New York City? Sehr gut. Zu Gast in der Klasse 4D an der Knauer Schule im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Theaterpädagogin Pauline Buff und die angehende Musikpädagogin Rebecca Deckardt bereiten die Kinder auf dem Besuch des Theaterstücks vor. Aufgabe, wie spielt man eine Fahrt in der New Yorker U-Bahn nach? Und dann bleibt sie manchmal abrupt stehen. Und dann fährt sie wieder weiter. Also ich versuche vor allem immer, Spiele oder Positionen oder Situationen zu schaffen, wo so ein Wiedererkennungswert drin ist. Also wenn die Kinder ins Theaterstück gehen und einfach eine Sache, schon mal eine Szene selber gespielt haben oder Positionen jetzt wie mit der U-Bahn irgendwie wiederentdecken, die die Schauspieler dann auf der Bühne machen, da ist einfach die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Was ist eigentlich eine Antilope? Eine schöne Antilope. Dann entdecken sie bei den Schauspielern auch, wie laufen die, wie sieht man eigentlich, dass es vielleicht auch ein Tier sein kann, obwohl das eigentlich ein Mensch ist, der das spielt. Oder wie die eine U-Bahn-Situation schaffen selber, also ihre Kreativität. Und das macht einfach Spaß, das zu sehen, was sie dann manchmal aus den Szenen machen, die ich eigentlich von den Schauspielern ganz anders im Kopf habe. U-Bab-Sche-Bam! U-Bab-Sche-Bam! Ja! Und was hier natürlich nicht fehlen darf, der Jazz. Doch wie erklärt man den am besten? Na klar, indem man ihn selber macht. U-Bab-Sche-Bam! 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 Das ist ganz, ganz, ganz typisch für den Jazz. Und dann dieses Schnipsen ist natürlich einfach total schwer, weil es nicht auf die Eins und die Drei ist, so wie man das gewohnt ist von der deutschen Musik, sondern auf die Zwei und die Vier. Und das ist natürlich schwer gewesen für die Kinder. Und es ist auch sowieso schwierig, singen und schnipsen gleichzeitig. Aber grundsätzlich, glaube ich, deckt dieses ganz kurze Liedchen ganz viel ab von dem, worum es eigentlich geht. U-Bab-Sche-Bam! Also es macht super viel Spaß, vor allem, weil ich glaube, dass unsere pädagogische Herangehensweise total gut mit der Theaterpädagogik sowieso zusammenpasst. Also wir sind uns nie in die Quere gekommen und jemand hat gesagt, nein, bei uns darf man aber dies und jenes nicht machen. Und ich glaube, das ergänzt sich total schön. Frau Liebe, macht euch einmal vor! Was ja auch immer in politischen Diskussionen als erstes genannt ist, ist die Nachhaltigkeit und auch die wirkliche Vorbereitung für ein Berufsfeld. Und da kann es uns als Hochschule nichts Besseres passieren, als dass wir sagen, während des Studiums bereits können wir ihnen ein hochinteressantes Berufsfeld direttissimo anbieten. Irgendwann muss das mal verortet sein an einer Lehranstalt im Rahmen eines Masterstudiengangs. Davon träumen wir. Ein Masterstudiengang Musik, Theater, Pädagogik. Und wir als Pfütze würden dabei gern ein Praxisfeld sein. Man muss einfach in gewisser Weise dranbleiben und schauen, dass das so weitergeht, wie es halt jetzt begonnen hat. Erfolgreich und... Natürlich. Und dann werden die rauskriegen, was wir schon wissen als Theater und auch wissen dürfen als Künstler, als Vision formulieren dürfen, ja, es ist total wichtig, den Künstlern neue Horizonte aufzuschließen und die Lehre dafür zu öffnen. Nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Drei Nürnberger Schulklassen dürfen heute bei einer Durchlaufprobe zuschauen. Kinder sind nochmal ein sehr eigenes Publikum und das ist schon besser, wenn man das vor der Premiere und vor den ersten Aufführungen mit vielen Schulklassen mal einfach so ein bisschen mitempfunden hat, wie die so mitagieren. Wird das Stück verstanden, wie reagieren sie auf die Musik, machen sie die Atmosphäre, gehen sie die mit, ähm, wo sind noch, wo ist auch Text unverständlich, zum Beispiel sowas ganz, ganz Handwerkliches auch, äh, sehen sie alles. Wissen Sie, ich muss mir die Sachen mal selber einrichten, damit ich sie später leichter wieder finde. Das ist doch viel eiferscher, wissen Sie, weil ich ja schon weiß, wo alles hingehört und so. Auch die Kollegen im Büro macht diese Arbeit satt und froh und nehmen sie sich nur in Acht, weil sonst ein Job ein anderer macht. Hallo? Hallo? Jetzt und hier, hier und jetzt, jetzt und hier, hier und jetzt. Und dann sind der Regisseur und sein Team den kleinen Kritikern gnadenlos ausgesetzt. Doch ihr Urteil fällt milde aus. Also ich fand's schön und, ähm, ich fand's auch, ähm, die Farben schön und ja. Ich fand's schön, dass der ganze Raum gespielt wurde und ich fand auch die Farben sehr schön. Die Kinder haben gesagt, sie haben alles verstanden. Finde ich gut, aber, äh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das Regieführen, auch wenn man sich nicht bewegt wie die Schauspieler, ist, äh, unheimlich anstrengend. Also man ist einfach, äh, bei den Proben und den Durchlaufen einfach acht Stunden am Tag unter Höchstspannung. Also sind alle Kanäle, Ohren, Augen, offen, alles. Und man sitzt immer mit 120 Prozent Anspannung da drin, um das alles wahrzunehmen, auch um den Schauspielern Feedback geben zu können. Und das merkt man dann abends, wo man dann einfach nur noch umfällt. New York. Die Stadt, die niemals schläft. Wolkenkratzer und Chaos. Wie bringt man das auf die Bühne? Neben dem Sound ist das die Aufgabe des Bühnenbälls. Wir haben das Stück gelesen und danach habe ich gesagt, das können wir gar nicht als Guckasten machen, sondern es muss im Raum sein. Und, ähm, dann haben wir überlegt, wie das sein könnte und haben festgestellt, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man wirklich rundherum spielt, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Bühnen, wo verschiedene Wohnungen sind, von den Figuren, wo es Orte gibt für die Musiker. Ich war einfach schon ein paar Mal in New York und das ist einfach alles sehr hoch. Und, ähm, man hat immer das Gefühl, man ist klein, wenn man zwischen diesen Schluchten läuft. Und das war auch so die Idee, dass man eben hier unten in einem Kessel sitzt praktisch. Also so wie am Times Square. Aber hier ist es erstmal einfach viel Arbeit gewesen, das alles hier irgendwie zu installieren in dem Raum. Das ist einfach anders, das ist viel mehr Fläche, viel mehr Bühnenhintergrund als sonst. Da hat man diese 10 Meter und hier haben wir einfach 40 Meter rundherum. Die müssen erstmal beplankt werden, sozusagen. Es ist soweit. Der Abend der Premiere. Hinter den Kulissen steigt die Spannung auch bei den Darstellern, die sich in der Maske in ihre Figuren verwandeln. Ich hab auf jeden Fall das Gefühl, dass ich schon sicherer geworden bin. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so viel zappel. Sagt der Christoph. Ich soll übrigens eine Mischung aus Mozart und Amy Winehouse darstellen. Elisa hat gerade ihr Schauspielstudium in Wien beendet. Als Rosi startet sie nun ins Berufsleben. Ich glaube, das muss jetzt auch dann langsam mal raus. Wir hatten jetzt schon so viele Proben mit Publikum. Und ja, ich glaube, so eine richtige Vorstellung ist jetzt mal dran. Also es ist ein sehr guter Zusammenhalt. Und ich finde, das ist auch Theater. Also so Theater, wie ich machen möchte. Komponist Dominik versucht derweil, cool zu bleiben. Ich bin gespannt, ja. Und ich freue mich eigentlich drauf. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt besonders nervös werde oder so. Das funktioniert und ich freue mich. Sieh ruhig. Sehr viel. Karamellbomber. Auch beim Regisseur steigt die Aufregung. Für Christoph Lappler, der bisher meist als Schauspieler auf der Bühne stand, ist es die zweite Inszenierung. Bei der ersten Premiere war das wirklich, das war, ich habe die ganze Zeit gelitten da drin. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was habe ich da für einen Schmarrn inszeniert. Das kann doch niemandem gefallen. Deswegen gehe ich da heute auch nicht rein, weil das ist für die Schauspieler nicht gut. Also da, man ist so nah dran an den Spielern und beziehungsweise die Spieler an den Zuschauern und da einen Regisseur vor der Nase zu haben, der leidet. Das ist, glaube ich, für die Schauspieler nicht schön. Deswegen verziehe ich mich lieber ein bisschen in den Hintergrund. Und dann. Also dann. Nein, das wird noch nie... Aber wir können noch nicht drummeln! Komm! Drummeln! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Viel Spaß. Nun! Nun! Wissen Sie, jeder mag seinen Rostock heutzutage anders, nicht wahr? Ein Dreivierteljahr hat es gedauert, um die Geschichte aus dem Kinderbuch Herman und Rosie auf die Bühne zu bringen. Eine Geschichte, die Kinder und Erwachsene berührt. Für Theater- und Musikhochschule ein Projekt, das hoffentlich nicht einmalig bleibt. In einer ganz belebten Straße, auf dem Dach eines sehr hohen Hauses, da fand eines Tages Rosie Herman. Und Herman fand Rosie. Von diesem Tag an war die Stadt irgendwie nicht mehr die gleiche. Musik Applaus Applaus Applaus